Cringe Roy Leute, heute kam ja das neue Update in Fortnite raus und ich wollte euch informieren, dass wir jetzt auch einen Discord haben, wo man auch die ganzen Updates sehen kann. Man kann den Shop alle 24 Stunden angucken. Wir können hier zusammen chillen, man kann seine Stats hier prüfen. Winnie hat hier schon die Stats gecheckt. Discord ist übrigens auch für Handy und PC kostenlos. Ladet es euch einfach runter und wie gesagt, ihr habt immer den Überblick, was gerade in Fortnite abgeht. Updates, Shop, die Stats, man kann hier chatten. Man kann einfach hier in den Channel reingehen, sich irgendwelche Leute suchen zum Zocken, wenn ihr irgendwelche Aufgaben machen müsst oder einfach Duos spielen wollt oder Trios oder im Squad. Kommt hier alle drauf, erster Link in der Beschreibung, geht zum Discord und wir werden uns jetzt mal ganz kurz das Update angucken. Hier kann man ganz einfach drauf gehen und man sieht schon das komplette Update, der Luftschlag ist da. Man kann den quasi wo drauf werfen und dann kommen 20 Sekunden lang Raketen einfach runter. Auf jeden Fall gegen irgendwelche Strukturen scheint es sehr stark zu sein. Dann gibt es hier noch neue Limited Time Modes, unter anderem auch wieder den Schlitterparty Modus, welchen ich ja enorm gefeiert habe. Also ladet euch einfach kurz Discord runter, erster Link in der Beschreibung, joint hier drauf, ihr seid alle herzlich willkommen. Und hier chillen ja sogar schon welche, wir schauen einfach mal rein. Habt ihr schon mitbekommen mit einem neuen Update, voll cool oder? Echt? Ja, Luftschlag ist da jetzt drin und der Schlittermodus ist wieder drin, der ist auch voll geil. Okay, ne, geiles Update nun. Hat wer Bock auf Schlitterparty, soll man Schlitterparty zocken? Ja, ich bin dabei. Ja, Goku, soll man, weil da ist er auf Duos. Ja, komm, dann komm an und wir gehen hier in die Runde gleich. Jo, mach, mach. Okay. Okay, Schlitterparty, hast du den Modus schon mal gezockt, Goku? Ne, hab ich noch nicht gezockt. Ey, der ist ziemlich geil, weil du halt unendlich Enterhaken hast, weißt? Okay. Wirst du sehen. Bei mir sind welche? Bei mir sind schon gut welche am Start. Oh, da hat schon jemand A-Strike oder was? Ja. Höchter, falsch. Krass. Okay. Ey, die Burst-MP ist hier voll gut. Geh direkt hierhin. Wow. Wow. Alter. Hast du das gesehen? Ich bin 10.000 Meter geflogen hier direkt mal. Alter. Wow. Du warst ein Fick schon schon. Aber gut, dass du auch gerade auf Discord warst, ey, und dass wir das jetzt hier zusammenbreiten. Das ist ein Duo-Modus, ne? Ja, und sonst hätten wir uns in die Ville getroffen. Geil. Gut, dass du gerade drauf hast, sagst. Ich gucke mal echt geil rein. Ja, war geil. Aber was halt auch cool ist, ist einfach die Combat-Shotgun, ne? Aber du, damit auch weite Range, du hast, wenn du gutes Aim hast, dann hast du da fast schon gewonnen. Ist die Top-Waffe hier. Ist die Top-Waffe hier. Hey, ich habe hier dieses neue Item, einen Luftschlag. Wow, geil. Das haben wir gerade eben in Patch-Notes schon gelesen. Krass. Genau, der ist so neu. Hey, guck mal doch mal. Hey, ich gebe dir das mal. Mhm. Kannst du dir mal zeigen. Wow. So viel geiles. Geiles Design. Eliminierung von oben. Okay, werden wir mal ausprobieren, ne? Bei der nächsten, die uns drum kommen, werfe ich das Teil drauf, oder es kommen direkt 1000 Paketen auf die. 20 Sekunden lang ist nicht zu unterschätzen, glaube ich. Wir schauen mal. Und jetzt hier, Goku auch für dich einen Trick für alle, die die Modus jetzt noch zocken. Man kann sich hier einfach an den Bäumen so hochziehen, dann hier so schräg runter. Da ist man richtig schnell. Schau's dir an. Schau's dir an. Ich springe über die Tanke hier drüber. Zack. Alter. Da kann man richtig Geschwindigkeit aufbauen. Das ist echt die schnellste Fortbewegungsmethode hier in dem Modus. Und man hat ja unendlich Enterhaken. Das heißt, das hört gar nicht mehr auf. Man kann echt um die ganzen Maps leiden. Mega. Hier ist noch ein 50er Biggi. 50er Biggi. Komm, Jordan, du bekommst auch einen. Hier. Danke. Schön rein damit. Danke. Danke. Bitte. Und hier ist ein Gegner. Hier ist ein Gegner. Okay. Okay, okay, okay. Ich gehe erstmal hier auf dem Highground. Der hat ein Fathead. Okay, okay. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Okay, ich brauche die Combat vielleicht. Aber die macht auch Schaden. Der ist absolut One-Shot. Oh, hier ist ein Luftschlag. Da kommt ein Luftschlag. Der eine habe ich. Pass auf, den Luftschlag auf. Der geht ein bisschen weg. Genau. Und hier sind noch mehr. Da kommen einfach noch mehr Goku. Wir müssen jetzt richtig gucken. Hab ihn, hab ihn. Nice, 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 nice. Der war auch richtig low, ne? Und hier hinten? Noch mehr die anderen. Hey, da ist nochmal einer. Seien wir auch. Okay, dann habe ich. Und der da im Gebäude kommt dem auch noch weg. Hier. Ich gehe von der anderen Seite hier ein bisschen rein. Hier, in dem, in dem. Ja. Ja, von beiden Seiten schön drauf. Okay, er hat mich. Aber egal, du hast ihn jetzt auch gleich. Er ist low, er ist low. Hab ich. Ja, man. Perfekt, Goku. Nee, sauber. Da hätte man vielleicht auch den Air-Stroy gunwenden können. Aber ich dachte nicht, dass da noch so viele kommen. Ja, übertrieben. Ja, ich habe noch ein Minis für dich. Bin ja nett. Du bist echt nett. Oh, und es gar nicht. Und hier ist noch ein Schiss. Und hier die Combat. Die Combat ist hier mega stark. Kann ich euch auch empfehlen für den Modus. So viel Reichweite. Wenn ihr ein bisschen aimt habt, die haut mega. Ja, nein. Werdet ihr gleich sehen. Boah, das ist echt eine Challenge hier reinzukommen. Schon, gell? Weil man halt so hoch springt. Du hast mir sogar was geschafft. Aber nur durch deine Hilfe. Geh mal in die Zone hier, oder? So Fußballstadion sind bestimmt welche, ey. Da sind doch immer welche. Hast du auch recht, klar. Und dann vielleicht mal gleich den Bombenanschlag da drauf fahren, hier. Hey, bei mir. Okay, ich komme zu dir. Warte. Hier mit dem Trick. Boah, ich bin hier in die Luft. Wo siehst du? Der ist da oben, jetzt zum Strudeln. Ah, okay, okay, ich sehe es. Oh, ich habe den voll die guten Hits nachgegeben. Der will an den Highground, aber kann man ja direkt hier mit den Enterhackungen nachgehen. Dann. Da hinten ist er, der will fliehen, glaube ich. Der will fliehen. Glaube ich halt auch. Er ist halt auch nur allein. Ah, jetzt hat er seinen Kollegen hier. Okay. Let's go, let's go. Jetzt hier mit der Combat. Die ist echt krank. Man muss immer ein bisschen auf Entfernung gehen. Dein ist One-Shot? Hey, ich habe meinen Bombenanschlag jetzt drauf. Da oben drauf. Okay. Okay. Okay, den einen habe ich. Der schwarze Pusler ist in das One-Shot. Der wird auf jeden Fall gefinisht vom Bombenanschlag. Okay, der schwarze One-Shot. Der kann nichts mehr machen. Oh, komm, dann müsst ihr ihn ja doch jetzt killen, oder? Wo kommen denn die Bomben da runter? Hab ihn, hab ihn. Ja, komm schon. Ich habe ihn doch da drauf gesetzt. Wieso sind die da nicht? Er hat ja gar nichts gemacht, der Erst-Track gerade. Das war ja schon ein bisschen enttäuschend. Ja, ja. Hier oben auch. Hier oben auch, Coco. Okay. Also noch zwei, zwei. Hier haben wir der Ska. Okay, der ist ganz oben. Wir gehen gleich nochmal hoch. Ich muss das machen. Er hat noch einen Fels-Shot. Okay. One-Shot. Sehr gut, sehr gut. Zack, weg mit dir. Und da oben ist auch nochmal einer. Ja. Komm, wir rushen jetzt da auch noch. Vielleicht lootet der gerade noch irgendwas, oder? Oh, bei mir ist auch noch einer. Vielleicht ist er auch geflohen. Ja, ich komme zu dir, Goku. Mit der Ska ein bisschen drauf. One-Shot. Okay. Also hat kein Schild mehr, hat kein Schild mehr. Yes. Sehr gut. Ey, die Combat ist so stark in dem Modus. Ja, Mann. Die ist mega OP. Der hat sogar ein Lila an was. Ich stecke hier noch die Minis. Komm, ich sauf mal. Einsauf ich hier, komm. Ja, komm, saufen dir rein. Hast du dir verdient auch, Bro? Schon, wir haben das echt phänomenal gemeistert. Die nächsten, guck mal, hier kommen die nächsten, ey. Das hört ja gar nicht mehr auf. Zwei neue, zwei neue Challenger. Oder ist das nur der eine? Auf jeden Fall sind wir sehr gut auf der Stur. Der ist One-Shot. Let's go. Ja, du hast ihn, perfekt. Okay, dann ab in die Zone. Looten brauchen wir den nicht, wir haben echt genug. Nee, nee. Genug. Eigentlich braucht man echt nur die Combat. Und hier hinten geht es direkt wieder ab, Goku. Hier sind so viele Leute. Und die machen Airstrike. Pass auf, vor dem Airstrike. Wir gehen da jetzt fort rein. Wir müssen da jetzt mit Taktik rangehen. Ja, ja. Ich gehe jetzt hier mit der Scar erstmal drauf. Ganz taktisch. Okay. Ich spray auf. Und ein bisschen weiter weg. Okay, der eine ist schon down. Und hier hinten sind die anderen. Macht einer mit Granada. Okay, okay. Hier hinten noch. Der ist aber auch One-Shot, glaube ich, der da hinten. Okay, das ist noch ein anderer. Okay, ich habe den auch schon echt gut angehittet. Komm, ist die voll? Der bei mir ist One-Shot. Oh nein, ich habe die AK aufgesammelt. Der weiße? Okay, ich muss hier gerade mit der AK kämpfen kurz. Aus Versehen die gegrappt. Aber jetzt habe ich wieder die Combat. Die Goldene sogar. Der flieht hier im Fußballstadion. Geh, warte Goku, komm kurz her, komm kurz her. Bei mir, bei mir. Ah, ich kann nicht. Ich erwisch dich nicht mit dem Ding. Bau, bau, bau. Bau. Ja, okay, okay. Ich hatte noch ein 80 Geld. Nein. Ja, ich habe ihn. Boah, das war echt hart. Das war echt hart. Direkt die nächsten. Boah, es hört nicht mehr auf. Es hört nicht mehr auf, Goku. Es hört echt nicht mehr auf. Hier. Mach defensiv. Nein. Ich muss ihn killen. Ich muss ihn killen, Mann. Komm hier hoch. Da. Der will fliehen. Der will fliehen. Der ist auch low. Der ist mega low, sag ich dir. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Geh immer auf den Highground. Dann siehst du den immer. Mehrere. Schon, das sind schon noch mehrere. Aber der eine, der will so jetzt mal sterben, ey. Ich verfolge den jetzt. Ich würde mir gerne einen Medikit kurz geben. Okay, okay. Gib es dir. Ich verfolge den. Okay. Ich muss den bekommen, Goku. Der läuft hier die ganze Zeit weg, weißt du. Hast du ein persönliches Problem? Oh, er geht zu seinem Kollegen. Bau dich ein, ich komme. Okay, okay. Oh. Okay, das ist echt hart gerade. Wow. Oh Gott. Die wollen mich jetzt. Die wollen mich jetzt wahrscheinlich. Ich glaube halt auch. Oh ne. Okay, edit, edit, edit. Bei mir ist auch noch einer. Schaffst du es? Ja, ich habe den einen, aber es ist gerade mega hart, Goku. Ich weiß nicht, ob ich es letztendlich überleben werde, aber ich brauche mich hier nochmal ein. Dann finde ich den. Ja, ich habe den bei mir. Oh, du hast den Teammate. Geil. Wow, und hier liegt sogar noch ein 50er Biggie. Den gebe ich mir direkt. Und dann bin ich wieder ganz gut am Start. Nur noch einer. Perfekt, Goku. Ey, das war eine so gute Action. Das hat ja nicht mehr aufgehört. Das hat nicht mehr aufgehört. Wie viel Kills hast du denn? Wenn man da einmal drin ist. Ich habe 8 Kills. Du? Ich habe auch 8. Boah, 16 Kills ist ordentlich. Vor allem, wir haben auch lange auch keine gefunden mal. Ja. Ist krass. Hier oben ist ein Jumphead. Hm, geil. Können wir den hier suchen? Er ist ganz oben hier beim Wikingerberg. Guck mal. Da braucht er sich gerade hier die Skybase oder sowas. Der springt jetzt hier gerade runter und hat mir einen 5er-Hit gegeben. Tatsächlich, der 5er-Hit ist da. Okay. Okay. Hat einen 80er? Sehr gut. Ich werde noch einfach so bombardieren. Wo ist er? Er sitzt oben drin. Ja. Einfach aufspreinen, die Scheiße. Ja, schon, schon, schon. Okay, Bautard. Bautard. Feuer unterm Hintern. Jetzt ist er 1 weiter zurückgegangen. Er macht aber auch nicht auf, ne? Nee. Ich höre ihn. Hier drüben. Ja, Mann. Ich habe auch noch so einen fetten Hit gegeben. Sauber. Boah, geil. Die ihn schon, Mann. Echt geiler Modus. Der macht mega Spaß, wenn man so ein Movement hat. Der ist echt geil. Die Combat ist wirklich eindeutig die beste Waffe, oder, Goku? Dann, Mann. Auf jeden Fall. Kommt auf den Discord. Kommt auf jeden Fall auf den Discord, Leute. Erster Link in der Beschreibung ist ja direkt verlinkt. Oh, yeah. Wie gesagt, da erfahrt ihr immer den neuen Shop. Könnt ihr nachts reingucken am Handy noch. Und Discord ist auch übrigens kostenlos, Leute. Holt es euch einfach fürs Handy. Geht auf den Einladungslink. Kommt hier rein. Und dann werden wir bestimmt mal ein paar drunten zocken. Oder wenn ich irgendwie Leute für Propheim brauche, schreibe ich das da auch rein. Ihr seht immer den neuen Shop. Ihr bekommt Infos über alle neuen Updates in Fortnite. Also checkt es auf jeden Fall aus. Kommt rein. Und werdet Teil der Royal Army. Dann tragt es auf jeden Fall in den Creator Code CRENGE ein. Wenn ihr Zeit habt, wäre es richtig geil von euch. Und ihr würdet mir damit mega helfen. Und ihr könnt auch gerne ein kostenloses Abo dalassen. Schadet euch auf keinen Fall. Da würde ich sagen, war es das von uns. Bis zum nächsten Mal. Euer CRENGE ROYAL. Ich rede mich. Ich rede mich. Ich rede mich.